Gut, ups, ich komme hier nicht raus. Hey Leute, herzlich willkommen heute zu einer neuen Runde Skywars, ja. So, jetzt haben wir ein bisschen Stuff auf jeden Fall schon mal. Äh, mal gucken, ob es etwas besseres gibt. Äh, gut, wir spielen heute mit dem Kit Enderman, wie ihr schon gesehen habt. Ähm, haben wir hier irgendwo Holz. Wenn natürlich, oh verdammt, wir haben kein Holz hier. So, ein Schadeneschwert haben wir schon mal, aber... Okay, der ist drüben. Okay, sehr gut. Gut, das ist das Call-Web-Partner. Ähm, so, wie viel Eier haben wir hier? Nein, haben wir unten. Ja, das ging etwas schnell am Anfang. Aus dem Grund, habe ich jetzt ganz knapp aufgenommen und wir nehmen gerade mitten in der Nacht auf. Deswegen, ja. So, man schnelle Runde. So, mal gucken. Okay, der Pure auf jeden Fall. Ähm. Verdammt. Sehr gut, haben wir auch. Okay, bleiben wir noch. Ja, und ich. Übrig. So, wie holen wir uns den jetzt? Mhm, hallo. Hallo. So, Bock auf eine Rot. Wo ist denn unsere Crafting-Box? Auch da ist sie, ja. Auch eine Axt. Äh, ups. So. So, das wird das einzige Video heute sein. Aus auch nur, nur eine kurze Runde. Ähm, aber dafür werde ich dann morgen direkt wieder einbringen, denke ich mal. Wenn euch Skaos natürlich auch wirklich gefällt, aber ich denke mal schon, es kommt ja gar nicht so schlecht an. Weil es geht halt momentan echt ein bisschen zu lame geworden. So, ich habe ein S. So, jetzt bauen wir uns rüber. Das ist nämlich der letzte. Okay, ja, ich nochmal. Von mir aus. Okay. Moment mal. Mensch hier. Ach, komm schon. Nee, hier kriegt er mich nicht mehr. Nee, hier kriegt er mich nicht mehr. Den haben wir. GG. Okay, er schreibt Hack. Warum? Verstehe ich nicht. Na gut. Ähm, ja. Wir sehen uns gleich nochmal zu einer neuen Runde. Hey Leute. So, jetzt sind wir bei der zweiten Runde auch schon. Ähm, ja, ich bin mit dem Kit Tank. Ich boh mich mal direkt zur Mitte, wenn ich natürlich die Enderpelle richtig geworfen hätte. Ähm, nicht so gut. Gar nicht gut. Äh, okay. Was haben wir hier? Oben haben wir ja durchgesehen auch noch eine Kiste. Ja, komm, die hole ich jetzt nochmal kurz. Dann gehe ich direkt rüber, würde ich sagen. Ähm, ja. Die Mitte ist ja auch ziemlich OP hier. Also wer hier Enderman nimmt, der hat auf jeden Fall einen klaren Vorteil. Okay, haben wir Wasser einmal. Ah, ich würde sagen, wir töten einen, dann gehen wir in die Mitte direkt. Und einer ist runtergefallen direkt. GG. Warum ist da direkt Wasser? Ist das normal? Ist der jetzt hier gestorben oder was? Egal, wir wollen jetzt einfach rüber. Ja, da ist einer. Sind die Blöcke hier genug? Schauf einfach mal. Ist ja in dem Scheiß, wenn nicht. Halt. Halt. Ups. Boah. hey digga nicht vollpotten hier ne ok da trifft mich überhaupt nicht was immer auch da macht ich mache das tnt hier schnell mal weg damit ich jetzt nicht gleich kassiere wenn es hier brennt natürlich nicht so gut ähm ja so wird auf jeden fall ein bisschen was anstatt gebäude ist einfach alles mit der axt abgebaut was machst du ja ein paar kisten oder zwei kisten man damit ich wenigstens sehen kann was sie für stuff ist habe ich eine bessere übersicht ähm so jetzt brauchen wir nicht wollen feuerzeuge können uns craften so den t haben wir hier noch einen kompass haben wir auch laba ist hier glaube ich nichts mehr ach moment mal aber ich glaube die sachen sind hier alle ja sonst auch ich kann da trotzdem noch reinkommen gucken okay gucken alles klar und ansonsten gibt es ja nichts mehr oder ne das heißt wir können das durchgesehen hier alles anzünden ne brauchen wir eh nicht mehr so schwer nur in schaden so geht alles ganz flott hier ein schon und jetzt hier abgebaut aber gut ups ich komme hier nicht raus oh mein gott so auf jeden Fall schön gesprengt 11 hinterher haben wir noch übrig für ein paar gegner so jetzt müssen wir nur noch gucken wo die sich hingebaut haben am besten ich nehme einfach wieder meine brücke die ich hier hatte dafür schwimme ich mal kurz hier hoch hatte ich nicht noch eine rot egal okay drei spieler sind noch im leben aber ich finde es irgendwie blöd dass man hier keine ahnung dass man so lange braucht bis man irgendwo drüben ist oder so ganz natürlich noch schnell bewusst machen so ok davon haben auch drückt was oh Junge da greift einfach die flucht mensch hier boah der typ der nervt mich echt krass ne alter ich fahr einfach runter alter kommst du da mal raus hier jetzt kriegen wir noch aber okay gg das war's von der runde jetzt etwas länger gedauert vielleicht wird doch was gecuttet mal schauen ja ich will mal sagen das war's ja du oder was egal lass uns einfach lassen wir einfach mal diese provokation ja ich würde sagen das war's von der runde lasst ein like da wenn es euch gefallen hat und ja würde mich sehr motivieren ansonsten würde ich sagen bis nächstes mal und haut rein ciao auf 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 auf